Hallo liebe Eisenhans-WG, ich schicke euch vorneweg einfach einmal ein Aufwärmenvideo zu allen Workout-Sequenzen, die ich euch nachhinein schicke. Könnt ihr das immer vorher machen. Bewegt euch zu Our House, unserem Song. Macht euch warm, schüttelt die Arme. Geht auf der Stelle und im Takt versucht es. Nehmt die Arme, äh ich meine die Schultern, entschuldigt. Dann in die andere Richtung, also nach vorne. Hüpft dann ein bisschen auf der Stelle, schüttelt euch aus, kennt ihr aus unseren Proben. Macht mir einfach nach. Schüttelt euch wieder aus. Jetzt könnt ihr eure Arme einmal hochnehmen und wieder runter. Hoch und runter. Hoch und runter. Abschütteln. Tappt auf der Stelle. Und jetzt, versucht mir den ganzen Körper zu bewegen. Alles bewegen, was geht. Ihr dürft ruhig ein bisschen schwitzen. Und gerne im Takt, wenn es möglich ist. Jetzt müssen wir warm genug sein für unsere Workout-Videos. Ich freue mich, schickt mir eure Videos. Bin sehr gespannt. Alle liebste Grüße aus Wien. Aus der Quarantäne. Baba.